Also das zeigt so ein bisschen, wie viel Macht Mönche in Myanmar besitzen. Und da kommt dann wieder das Negative zu tragen. Die Mönche sind es natürlich auch, die das Volk gegen die Rohingyas aufwiegelt durch Hasspredigten. Da gibt es also Oberhäupter im Buddhismus in Myanmar, Mönche, die sehr viel Macht haben, Mönche, die weniger Macht haben, ist klar. Und da gibt es den Waitu, glaube ich, heißt der, dieser Mönch, dieser Oberhaupt, der ganz rechts angesiedelt ist in seinem Denken. Und also das Volk wirklich aufwiegelt und Hasspredigten führt und eben gegen die Rohingyas wettert. Die gehören nicht in unser Land. Die Rohingya-Thematik ist ja der Grund, warum Myanmar jetzt in den letzten Jahren leider auch vor allem Negativschlagzeilen verursacht hat. Genau, nur dieses, in Anführungsstrichen nur, das Vertreiben, das wird ja auch als Genozid bezeichnet. Das sind ja Millionen von Menschen, die aus dem Land getrieben worden sind, deren Häuser niedergebrannt, ganze Dörfer niedergebrannt wurden. Die Frauen wurden vergewaltigt. Also das sind die furchtbarsten Dinge passiert. Da passieren vielleicht immer noch, weil das ist abgeriegelt. Man kann da nicht hin und selber nachschauen. Und auch Journalisten, die versucht haben, in das Gebiet zu kommen, sind ja auch angegriffen worden und konnten nicht frei berichten. Und zum großen Teil sind eben diese Hasspredigen oder ist dieser Hass in der Bevölkerung eben auch durch diese Predigen der buddhistischen Mönche entstanden. Nun muss ich natürlich auch sagen, wenn man als Tourist da durchreist und hin und wieder mit Leuten über das Thema spricht, dass man immer nur so einen ganz kleinen Eindruck von der Volksmeinung bekommt. Und ich kann nicht behaupten, dass das jetzt ein umfassendes Bild ist. Es können noch viele andere Aspekte dazu führen, dass die Rohingyas aus dem Land getrieben werden. Aber wann immer ich Buddhisten danach gefragt habe, und wenn es die nettesten, freundlichsten Leute waren, die mir absolut sympathisch waren, wenn es zu dem Thema Rohingyas ging, dann haben die alle gesagt, die gehören hier nicht her. Schon bedauerlich. Das ist ein Konflikt, der dort schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, glaube ich sogar, spielt. Ja, genau. Da ist es ja nicht neu. Das hat es schon lange gegeben. Man hat natürlich die Hoffnung gehabt, jetzt im Zuge dieser demokratischen Öffnung, die sich seit 2011, glaube ich, so ein bisschen abzeichnet, als die Militärs ein Stück weit der Macht abgegeben haben. 2013 haben sie auch alle politischen Gefangenen dann freigelassen. Genau, freigelassen. Das ist ja auch eine große Geste gewesen, wo man sehr viel Hoffnung schöpfen konnte. Dass das jetzt nochmal so umkippt, ist natürlich dann schon schade. Ja, das ist schade und eigentlich auch nicht verständlich. Nicht verständlich, wirklich. Insbesondere, weil sie dann auch Aung San Suu Kyi freigelassen haben aus dem jahrelangen, ich glaube, Jahrzehnte sogar langen Hausarrest. Und sie ja jetzt dort eine führende Rolle einnimmt und jetzt aber auch bei dieser Rohingya-Thematik wieder eine fragwürdige Rolle spielt. Ja, sie hat sich lange überhaupt nicht geäußert und gar nichts dagegen gesagt, das offensichtlich sogar gebilligt, dadurch, dass sie eben sich überhaupt nicht geäußert hat. Und erst nachdem wirklich international mehr Regierungen sie dazu aufgefordert haben, das zu unterbinden, hat sie dann tatsächlich dann irgendwann mal sich dagegen geäußert, gegen diese Vertreibung. Ich glaub so richtig. Aber, nein, halbherzig. Zugeben, das Ausmaß überhaupt der Katastrophe, der menschlichen Katastrophe dort, das gibt es ja bis heute nicht zu. Ja, nein, es gibt sie nicht zu. Abgesehen davon, dass sie es auch nicht verurteilt wird. Nein, sie hat es nicht verurteilt und sie hat sich nur halbherzig dagegen geäußert. Und ich habe einfach die Vermutung, dass sie nur so eine Marionette ist, die von den Militärs mehr oder weniger eingesetzt wurde. Oder das Militär hat sich, also das ist jetzt so meine persönliche Meinung, so wie ich das sehe. Das ist ja auch schon ein bisschen eine Absolution dann, nach dem Motto, sie kann ja eh nichts bewirken, weil sie gar nicht so viel Macht hat, wie wir ihr zuschreiben. Ja, genau. Könnte so sein, könnte aber gemixt natürlich auch sein damit, dass sie wirklich keine innere Veranlassung spürt, sich da einzusetzen. Ja, das kann natürlich auch sein. Also, wie gesagt, der Friedensnobelpreis, der ihr verliehen wurde, war vielleicht doch eine Vorschusslorbeeren, die sie vielleicht gar nicht erfüllen konnte oder wollte. Ich weiß es nicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat sie nicht so viel Macht, wie ihr doch zugesprochen wird. Ganz sicher nicht, sonst... De facto Regierungschefin. De facto Regierungschefin. Sie kann ja nicht Regierungschefin sein, weil sie auch noch die englische Staatsbürgerschaft besitzt. Ihr Mann, der inzwischen verstorben ist, ist ja Engländer und ihre Kinder haben auch die englische Staatsbürgerschaft und leben in England. Aber sie hat eben auch die englische Staatsbürgerschaft außer der burmesischen und die Militärregierung hat rechtzeitig ein Gesetz erlassen, dass es also Leuten mit einer zweiten Staatsbürgerschaft verbietet, Regierungschef zu sein. Deswegen ist sie eben nur Außenministerin eingesetzt und hat dann einen ihrer Gefolgsleute davor gesetzt.